Ladies and Gentlemen Willkommen zu seiner Arbeit Runde Project 2002 Kappa Mouth So, wir fangen heute an mit den Neutronium-Prompessoren. Dafür brauchen wir einiges. Wir brauchen Flux Crystal. Das machen wir am besten so, dass wir einfach sagen können, wie viele Blöcke wir brauchen. Und zwar brauchen wir, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, 66. Genau. Woher weiß ich genau, dass ich 66 brauche? Das ist ganz einfach. Und zwar brauchen wir für alle Singularities, die es gibt, ein Kompressor. Also pro Kompressor wollte ich ein, nee, prozentabel So, wir brauchen pro Singularity, wollte ich einen Kompressor aufbauen, also 33 Singularities a 33 Kompressoren. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen für uns fertig werden, aber Hauptsache so, dass wir schon mal die ersten Sachen machen können. Dann wollte ich hier einmal die Neutronium-Ingels rausnehmen. Da haben wir schon gut was bekommen. Aber das wird auf jeden Fall nicht reichen. Das ist jetzt die Arbeit von zwei, drei Tagen. So, also. Neutronium-Kompressoren. Zwei, drei. Machen wir. Ich will jetzt nicht so viel machen. Alles klar. Ja gut, ne. Wir können easy die, dass ihr jetzt nicht erwartet. Dann machen wir einmal auf die 33. Alter. Was zum Teufel. Hätte ich jetzt nicht erwartet, bin ich ehrlich. Hört mal vielleicht ein bisschen raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Oh. Ich bin gerade so gut vorbereitet, aber das bin ich nicht gewohnt. Wer bin ich und was habe ich mit mir gemacht? Ne, jetzt kommt da hin. Eins, zwei, drei, vier. Dann hier unten nochmal. Eins, zwei. Machen wir hier auch nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Eins, zwei, drei. Ey, wenn wir heute alle fertig kriegen, dann kriegt ich einen Streikampf. Äh, du, 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 du. Compress Dark Iron, das hatte ich schon einen Auftrag gegeben. Wie sieht dann mit den Quizzle aus? Super. Oh. Vielleicht sollte ich die anderen beiden dann auch noch ausholen. Also ich bin ehrlich, ich bin heute so echt mal erstaunt, dass ich dann doch schon so gut vorbereitet bin. Es was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Neutronium Tough Rods. Ich glaube, da wird das Neutronium ausgehen. Und wir brauchen, ja, das wird uns auf jeden Fall noch rausgehen. Äh, hier. Einmal hier rüber. Für die Tough Rods. Wir brauchen wieder die 33. Ne, 66 brauchen wir. 21 haben wir. Ah, das wird jetzt echt knapp werden. Machen wir so. Ja, das war's jetzt. Das wird jetzt hier gnadenlos untergehen. Weil hier kann ich jetzt einfach so machen. Ja, das wird nicht reichen. Das hat nicht gereicht. Verdammt mischt. Ich würde aber sagen, das Klügste, was wir jetzt machen können, das wir einmal so machen. Dann machen wir in der nächsten Aufnahme gucken wir nochmal, dass wir dann die restlichen Neutronium Sachen machen. Aber wir kriegen auf jeden Fall Neutronium Kompressoren heute fertig. So ist es nicht. So, da kann ich nochmal ein paar machen. Zack. Zack. Ich glaube, die Large Plate sind das teuerste an sich. So. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1. Alter, das reicht echt nicht. Alter, what the fuck. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut. Gut. Und wir machen dann jetzt einfach noch ganz einfach noch ein paar Crafting Rezepte für den Impuls. So. Erstmal das Rezept für den Hopper an sich. Zack. Dann für den Empty Machine Frame. Stil. Zack. Oh, jetzt komm schon. So. Haben wir. Die können wir ja schon mal hier reinpacken. Und zwar so und so. Dann, was brauchen wir hier noch? Eigentlich nur noch das hier. Dafür brauchen wir so einen Franken Zombie. Haben wir noch ein Z-Logic? Aber wir haben noch Heads. Das ist super. Da würde ich sagen, bauen wir auch. Baue ich Ostwin auch mal die ganze Farm was um. also die Last Millennium. Das finde ich jetzt echt gut, dass wir so viel zu geben, dass das auch geht über EMC. So. Einmal so. Super. Und dann kann ich gleich ganz ganz oder morgen oder keine Ahnung wann ganz gemütlich. Damit kriegen wir genug Maschinen. Das ist perfekt. So. Wir brauchen aber Franken Zombies. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Machen wir es mal ganz einfach. Kalkulator. Wir brauchen sieben mal 33. Das ist 231. Ach du heilige Scheiße. Okay. 64, 128. So sind wir 256. Also müssen 25 weg. So. Dann würde ich sagen, haben wir noch einen Spawner. Ähm. Ja. Jetzt machen wir mal hier so einen Zombie Spawner. Machen wir das gleiche System wie hier. So. 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 Soulvile. Hallo Zombie. Was war das? Ach, wir haben Bosse getötet. Ich bin so blöd. Hatt ich ja ganz vergessen. Wir haben ja Bosse getötet. Dann brauchen wir noch die beiden Fight-Mod-Crystals. Sehr schön. Und unseren Spoken Spawner Zombie. Und wieder einmal 300 Level. Jetzt habe ich den Envy wieder. Wo ist der Envy denn? Oh. Wir brauchen einen neuen Envy. Da ist mir gerade etwas eingefallen. Und zwar hatte ich... Wollte ich ein Kabel abbauen. Hatte aus Versehen... welchen wir in Aktiv haben, weil die jetzt so schön in ein Loch reingerissen haben. Da haben wir noch Level. Gut. Capture machen wir. Dann brauchen wir wieder ein... Interface. Ich mache sogar gleich zwei Stück. Wie viele machen wir eigentlich noch? 378? Kann ich davon einfach einen Block machen? Natürlich nicht. Machen wir mal so. Ja gut. Ich würde sagen, das reicht für unser restliches Emile Crafting. Die kann ich eigentlich hier auch wieder reinpacken. Auch wieder so eine Genius-Saktion von mir. Wie viel war das jetzt? Oh. 3000 in so kurzer Zeit. Also ich bin ehrlich. Jetzt zu diesem Zeitpunkt. Es ist halt einfach so, wenn man das ganz früh hat. Ist es okay. Bin ich ehrlich. Ist es echt okay. Wir brauchen einen davon. Solvile. Wir machen jetzt schon mal ein Quartel-Rezept. Das ist ja aus einer Solvile. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Cool. Die ist man direkt. Ihr seid frei Pixies. Äh. Hatte ich ganz vergessen gehabt. Danke. Und ich würde mal behaupten, das kann mal weg. Halt. Äh, ich bin so schön. Ja gut, dann holen wir es einfach in ein neues Solvile. Das sollte ja jetzt nicht so tragisch sein. Das geht ja jetzt relativ, relativ schnell. So. Und können dann jetzt auch das Quartel-Rezept fertig machen. Äh, hier. Machen wir einmal so. Und du machst aus einem von denen und denen machst du mir ein, ähm von denen. Ach, halt, das Interface fehlte noch. So, gehen wir mal hier rüber. Mir fehlt ja schon die Geschwindigkeit vom Appellett, vom Singularity-Schwert. So, hier kommt das rein und hier kommt das rein. Also könnte ich jetzt sagen Franken-Zombie machst du mir 230. Ach Gott, jetzt ist nicht schon wieder dieses Thema. Jetzt will ich mal gucken, ob das hat jetzt eben, meine ich, hatte ich das jetzt aus oder angehabt? Mal gucken, ob das jetzt was ändert. Weil ich meine, das hatte ich bei den Willigern auch drin gehabt. Fällt mir natürlich so gerade ein. Frank 230 Dachte ich mir. Also, Street sollte so zuschauen. Genau dieses Problem meine ich. Das heißt, im Klartext, ich darf jetzt einfach ja gut, dann mache ich das jetzt anders. So. Da, fang an. Mach. Mach. Und wirst glücklich. Gut. Würde ich jetzt sagen, wir sind bei 16 Minuten. Heute ist heute eine kürzere Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Musik.